Juhu, ihr Beauties, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. Oh yeah, was haben wir denn hier schönes, weil hier kam so ein komischer Drache angefetzt und der hat natürlich mal wieder unser Raumschiff zerstört, also Kaputschka, alles weg, und wir müssen jetzt... Is der fett, und schuppig, und eklig, und hat eine schöne Krone ab. Ah, Vorsicht, Blitze. Oh, ist okay, ist okay, ich bin ja schon weg, ich bin ja schon weg. Chillaxe. Oh, okay, ich hätte nichts sagen sollen. Nein, ah, warte, stopp. Oh, oh mein Gott. Fuck, nein. Oh, willst du mich verarschen? Bitte. Oh, oh Gott. Okay, warte, jetzt ist egal. Kann ich auch einfach da hoch? Ich gebe keine Gabel mehr. Oh, oh, help. Das ist immer stressig. Ich brauch erstmal Koffee. Ich nehm euch alle mit. Ich nehm euch alle mit. Haben die so komische China-Hüter? Das sieht so chinesisch aus. Jetzt sind wir ziel. Wir sind zu steif. Wir sind unbezwiebel. Yeah. Willst du? Oh, oh mein Gott, ich kann asozial sein. Ich lüge. Ich lüge. Ah ja, stimmt, wenn man lügt bei Pinocchio, dann kriegt man ja so eine lange Nase, ne? Wo soll ich mich bitte reinhauen, wenn dieses dumme Arschloch da steht? Du kriegst Rache. Hier ist doch hundert Po etwas. Immer auf diesen China-Dächer erinnert. Oder sollte ich sagen, China-Dächer? Oh mein Gott, ich hasse es, wenn Leute das so aussprechen. Das triggert mich einfach bis ins Unendliche. Ich weiß nicht, aber auch manchmal nicht die beste Aussprache. Leute lästern immer darüber, wie ich komisch oder so betone, weil ich nie das SCH wie ein CH ausspreche. Aber whatever. Fuck off, Mann. Ich rede halt so. Das ist, wenn ich hier was reinstopfe. Oh, ein Nulled. Oh mein Gott. Ich bin so schlau. Das war jetzt ein richtiger Zufall eigentlich, aber... Ach, das sah so auffällig aus mit dem Schnabel in der Gipfung. Weil sonst dachte ich mir so, hä, wofür sollte ich dieses Ding denn anstatt dessen brauchen? Ich finde das richtig cool. Ich komme mir vor wie so ein Ninja. Mega geil. Ich schnipse mich. Oh mein Gott, ich bin so... Ah! Scheiße, ich war gerade so... Ah, ich bin so cool. Äh, ja. Nein. Oh, ich stehe noch nicht direkt davor. Das sieht so witzig aus, wie man einfach richtig hart weggefetzt hat. So, pam. Geh weg. Und, boop. I knew it. Wie ich einfach überall einfach nur Dinge in Löcher stecke und dafür Sterne kriege. Und irgendwie kann ich es mir auch echt nicht abgewöhnen, Sterne zu sagen. Für mich sind das einfach Sterne, weil ich einfach so ein Super Mario Galaxy Lover bin. Für mich werden es immer Sterne bleiben. Ah! Fuck, nein! Oh Gott. Alter, wie ekelhaft. Die lacht. Das ist ja immer übel fucking creepy. Ich finde diese Kämpfe echt ein bisschen lame. Also sie sind schon sehr uneinfallsreich. Der macht ja nur nicht mal irgendwas Richtiges zur Attacke. Was, Teule? So viel dazu und ich sterbe auch noch. Mein Gott, ey. Was ist das denn? Diese fucking Steuerung. Die funktioniert einfach manchmal nicht. Sogar die Spitz-Sounds sind einfach voll Chinese. Richtig cool. Kann ich mit diesen Dingen sowas... Oh, das sind sogar Koi-Fische. Oh mein Gott. Ich liebe mein Leben. Ich liebe Kois. Die sind super cute. Kui, kui, kui. Nein! Oh, ich wusste, dass ich das verkacken werde. Nein. Oh, warte. Nein. Nein. So nah. Doch so fair. Thank you. Was? What the fuck? Ah, mein Gott. Vorhin ein Büttel. Oh, nein. Lass ihn ruhe. Oh, diese Blumen. Das sind einfach mega cute. Ach, diese Bisch. Oh, ich dachte, wir betteln endlich gegen ihn. Aber nein. Wow. Holte ich euch so eine fette Maschine, weil ihr sowieso nichts könnt alleine. Wow. Das macht euch jetzt krasser. Hä, toll. Feuerwerk. Woo, yeah. Falte, Falte. Gib mir den Vogel. Gib mir den Vogel. Wo ist der Vogel? Mein Vogel. Du bist aber auch ein Vogel. Was zur Hülle? Wie denn? Kann ich eine Seite hoch? Ich verstehe mein Leben nicht mehr. Musst du an der Seite hoch, oder nicht? Ja, stampf mir genau auf den Kopf, Arsch. Ah, warte. Ich mach's mit dem Vogel auch. Ah. Okay. Hat ja nur 3000 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Vogel. Nein, Vogel. Komm her. Was zur Hölle? Jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Was ist das denn für eine harte Kacke, ey? Oh mein Gott. Das war jetzt gerade echt mega knapp. Ah. Was zur... Warum fällt der mir auch direkt auf den Kopf? Jetzt muss ich die ganze Kacke wieder von vorne machen. Das ist ja unglaublich nervig. Und das wäre das Letzte gewesen. Oh, endlich. Der so... X-Falte. Äh, that's a dance move. Ich glaube, der Schlüssel ist hier ganz unten. Oh, fuck. Oh, da ganz unten. Oh, wie eklig. Oh, was? Ich krieg's nicht mehr hin? Ich verstehe es nicht. Oh. Oh, ey. Das ist aber eklig, von hier hochzukommen. Oh, fuck. Oh, nein. Oh mein Gott. Ich hab mich gerettet. Ich glaub es ja nicht. Äh. Oh. Ja, egal. Worth it. Ich kann mich hier... Ich kann mich hier daran festhalten. What? Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Part gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Kommi schreibt und auf meinen Social Media Kanälen vorbeischaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye-bye, Shaka-Bra. Bis zum nächsten Mal.